Hier stehen wir in einem von den oberen Gärten der Burg. Hier sieht man Teile der zerstörten Burg, sehr schön erhalten. Hinten die schöne Aussicht, also es liegt wirklich traumhaft. Und man sieht, es ist Herbst schon, obwohl wir erst Mitte September haben. Und hier am Schluss ist der Turm, den wir ja auch schon von unten gesehen haben und bestimmt noch nicht von oben sehen können.